74. S0102 – Der Stern am Rande des Abgrunds S0102 ist der Extremsportler unter den Sternen. Er saust so schnell wie kein anderer um das Zentrum unserer Milchstraße und hat uns dabei geholfen zu verstehen, was für ein erstaunliches Objekt sich dort befindet. Denn mitten im Herz der Milchstraße sitzt ein supermassereiches schwarzes Loch, das vier Millionen Mal schwerer als die Sonne ist. Die Existenz solcher gigantischen Objekte hatte man schon länger vermutet, aber erst die genaue Beobachtung der Sterne in der Nähe des galaktischen Zentrums hat diese Vermutung ohne jeden Zweifel bestätigt. 75. Unsere Milchstraße kann man sich in erster Näherung als Scheibe vorstellen, in deren Mitte eine große Kugel sitzt. In der Scheibe sind Sterne in Spiralarmen angeordnet und dort befindet sich auch unsere Sonne. Das Zentrum jedoch befindet sich im sogenannten Balch, einer kugelförmigen Region mit einer Ausdehnung von etwa 10.000 Lichtjahren. Dort gibt es sehr viel mehr Sterne als in den Spiralarmen und sie drängen sich viel dichter zusammen und genau in der Mitte all dieser Sterne sitzt das zentrale, supermassereiche schwarze Loch. An dieser Stelle befindet sich auch der Stern mit dem Namen S0102, der zusammen mit einer Gruppe anderer Sterne in erstaunlich kurzer Zeit um das Zentrum herumrast. Um sich einmal komplett durch die gesamte Milchstraße zu bewegen, braucht unsere Sonne ungefähr 220 Millionen Jahre. S0102 schafft eine Runde um das zentrale schwarze Loch in nur 11,5 Jahren, wie die amerikanische Astronomin Andrea Gess und ihre Kollegen im Jahr 2012 entdeckten. Er ist damit schneller als jeder andere dort bekannte Stern und damit auch eine extrem wertvolle Informationsquelle. Denn im Gegensatz zu einem schwarzen Loch selbst, das ja gerade deswegen schwarz genannt wird, weil von dort nichts, auch kein Licht entkommen kann, lässt sich so ein Stern recht gut beobachten. Aus der Bewegung von S0102 lassen sich einige der Eigenschaften eines schwarzen Lochs ableiten. Sterne wie S0102 waren es überhaupt erst, dank denen wir zweifelsfrei wissen, dass es dort so ein schwarzes Loch geben muss. Je näher ein Stern dem Objekt ist, das er umkreist, desto schneller tut er das. Hier gelten die gleichen Gesetze, die auch die Bewegung von Planeten um einen Stern bestimmen. Und genau so, wie man aus der Bewegung der Planeten berechnen kann, wie schwer der Stern ist, den sie umkreisen, kann man anhand der Umlaufbahnen von Sternen wie S0102 auch bestimmen, wie schwer das Ding sein muss, um das herum sie sich bewegen. Schon Ende der 1990er Jahre hat man aus der Beobachtung anderer Sterne, die ähnlich nahe am Zentrum vorbeifliegen, berechnet, dass sich dort ein extrem massereiches Objekt befinden muss. Und aus der Größe der Umlaufbahn erhielt man auch eine Obergrenze für dessen mögliche Ausdehnung. Das Resultat? Im Zentrum der Milchstraße war so viel Masse auf so wenig Raum gedrängt, dass es sich eigentlich nur um ein schwarzes Loch handeln kann. Als dann auch noch S0102 seine Runde um den galaktischen Mittelpunkt vollendet hatte, ließ die Auswertung der Daten keinen Zweifel mehr zu. Mit nun zwei vollständig beobachteten Umlaufbahnen konnten Gess und ihre Kollegen die Masse des schwarzen Lochs auf 4,1 Millionen Sonnenmassen festlegen. Im Zentrum der Milchstraße sitzt also ein unvorstellbar massereicher schwarzes Loch, so viel ist klar. Ebenso haben wir mittlerweile Gewissheit darüber, dass auch in den Zentren aller anderen großen Galaxien solche Objekte zu finden sind. Wir wissen allerdings noch nicht, wie schwarze Löcher mit derart gigantischen Massen überhaupt entstehen können. Auf jeden Fall nicht wie die normalen schwarzen Löcher durch den Kollaps eines Sterns, denn so gewaltige Sterne kann es nicht geben. Sterne wie S0102 können sich daher auch weiterhin der astronomischen Aufmerksamkeit gewiss sein. Sie werden uns in Zukunft mit Sicherheit noch dabei helfen, das eine oder andere Geheimnis zu lüften, sofern sie dem schwarzen Loch nicht zu nahe kommen und von ihm verschluckt werden. Wir sehen uns beim nächsten Mal.